50 Jahre lang waren Katie Darlene und Johnny Lee Peoples aus dem US-Bundesstaat North Carolina ein Paar. Nach 48 Ehejahren ist das Paar nun fast zeitgleich und händchenhaltend gestorben an Corona. Shane Peoples, der Sohn des Paares, erzählt OE24-TV-Partnersender CNN, wie Anfang August beide seiner Eltern an Corona erkrankten. Zuerst habe es Katie bekommen, zwei Tage später zeigte dann auch Johnny erste Symptome. Beide werden positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Wochen später kamen beide auf die Intensivstation. Die Lage verschlechtert sich zunehmend. Alles geht in Bach hinunter, schreibt der Sohn. Die beiden US-Amerikaner kämpfen noch 30 weitere Tage gegen das Virus, am Ende jedoch vergeblich. Ihre letzten Momente wollten sie noch zusammen verbringen. Die Ärzte verlegten sie in ein gemeinsames Zimmer. Sie brachten sie in dasselbe Intensivzimmer, legten ihre Hände zusammen. Katie und Johnny Lee sterben im Abstand von gerade einmal vier Minuten. Sie sterben händchenhaltend und gehen händchenhaltend in den Himmel, so ihr Sohn. Shane appelliert nun auf Facebook, das Virus ernst zu nehmen. Zitat Wir wurden betrogen. Das Leben von Mama und Papa wurde von einem Virus gestohlen, über den viele täglich scherzen oder einfach nur glauben, dass es sich generell um einen Fake handelt.